hallo meine freundin wunderschönen guten tag wieder zurück zu skyrim da sind wir wieder ja letztes mal haben wir ja hier unsere der gang durch die mine wo wir von waren und stadt blut steigen oder wie hieß die mine da ja dann haben wir das verkauft weil wir haben uns bereichert im haus von gedur jetzt sollen wir als nächstes haben wir die aufgabe mit dem jahr vom winterhelm reden der windhelm mit dem hier oder ich helfen euch gern ich würde gerne das kiesel hat haben darf ich haben oder schwert oder und das dann weiß ich noch nicht alles was ihr gebraucht ist hier irgendwas passiert ja es gab eine art einbruch aber wir haben immer ein reichliches waren angebot okay die einbrecher hatten nur eins im sinn ein ornament aus massiven gold in form einer drachenklaue okay brauchst du hilfe dabei braucht ihr hilfe dabei wirklich ich habe noch etwas geld von meiner letzten lieferung zu bekommen es gehört euch wenn ihr mir meine klaue zurück bringt ja dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen nicht wahr ach wirklich nun ich glaube euer neuer helfer hier braucht einen führer wird wird wie bd wer bist du überhaupt und camilla ja dann würde ich sagen gebe mit camilla mal spazieren gucken wir mal wir müssen durch die stadt und über die brücke gehen okay es ist neblig ich sehe nicht wirklich viel camilla aber du wirst schon wissen wohin diese diebe müssen verrückt sein wenn sie sich dort draußen verstecken okay diese alten gruppen stecken voller fallen trolle und was weiß ich noch alles da kommt der freude auf dann gehen wir mit gerdo mal bis zum stadtrand da kommst du ja nur an die sind gar nicht ja nur camilla die kommen auf geld und dauernd jetzt so ich frage mich warum nur lukans goldene klaue gestohlen wurde ich meine wir haben doch alles mögliche im laden das genauso viel wert ist die klaue etwa ein jahr nachdem er den laden eröffnet hat okay er hat nie richtig erklärt woher er sie hatte er ist ziemlich durchtrieben okay das macht ja viel sinn denn vielleicht hat es selber klaut schon mal drüber nachgedacht und diejenigen die jetzt das ding haben haben sie einfach wieder gut schon mal darüber nachgedacht dies ist die brücke die aus der stadt hinaus führt okay der weg den nordwestlich gelegenen berg hinauf führt zum ölsturz hügelgrad alles sollte wohl zu meinem bruder zurückkehren er gerät außer sich wenn ich zu lange fort bleibe erst noch so ein kind okay ja dann danke dir weißt du wo ich genau hin muss ja wie weit muss ich noch laufen nun es führt eine kurvige straße den berg dort hinauf ihr wisst dass ihr auf dem richtigen weg seid wenn ihr den alten wachturm seht okay sobald ihr den turm erreicht geht nach norden dann findet ihr das ölsturz hügelgrad noch ein stückchen weiter oben hinter der kurve alles klar dann danke dir viel glück und ich warten im laden auf alles klar dann ist das nicht schön stimmt denn da was ist das denn ob ich mich gerade erschrocken ist das nicht schön so den berg hinauf kann muss da sein okay jetzt nach mark hat so zeit weit rum windhelm riverwood die waska helgen hilft okay dann wird das der weg sei hier weil alles andere stadt kaum gehst du raus der wind das pflücken oh mein gott junge macht doch sowas nicht wo kam er habe ich mich gerade erschrocken hilfe okay ich lass mal die waffen draußen man weiß nie was gleich kommt kommt eventuell noch einer hier von euch hallo keiner mehr von euch ne okay es ist auch immer schnee das heißt es ist ja sehr sehr kalt da spürt man die kälte also ich hätte lieber auch gerade jetzt die kälte bevor ich diese sommer hätte jetzt gerade okay schauen wir mal da war jetzt nichts mehr dann abfahrt sehr hoch hier alles ich will mal runter gucken guck mal da sieht man sogar eine flussfahrt da unten ach ist das nicht schön toll toll super 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 da freue ich mich freundensprünge so dann gucken wir mal der weht schon eine eisige böse sieht man schon wie der schnee runter pfeift das sieht aus wie so ein wachtturm da vorne dann würde ich sagen und wieso habe ich das gefühl dass wir nicht alleine sind oh ist das schön aber es sieht auch sehr kalt aus oh da sind zwei davon stehen die haben mich glaube ich entdeckt warte mal nein also auf der geht rein oh mein gott ja na klar und er macht auch bogen action ja dann attacke fürs königreich und vaterland nein spaß was ich machen will ich werde ich hier zugrunde richten mein freund so ähm das haben wir ist alles schlechter weil ja hm jetzt ist die frage ja nein eventuell nehmt mit erstmal erstmal mitnehmen so er stand hier am baum hier ist aber nichts besonderes müssen wir da rein wollen wir da rein ich weiß es nicht wir gehen einfach mal hallo oh hier ist nichts mehr oh wie hoch geht es noch oh boah sieht aber schon cool aus oh guten tag mein freund hallo sieht der mich nicht der sieht mich gar nicht ist der blind ja dann gehen wir an klopfen hallo doch ich bin aber auch ich bin aber hier jetzt ne nimm doch mal das schild runter hallo 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 so geht der aal ein kopf kürzer und schicht im schacht so schild brauchen wir nicht die trägt auf jeden fall oh die rüstung ist natürlich echt super also den helm zu müssen nehmen wir mit die stiefel auch das auch und den nicht so haben wir hier noch fässer drei äpfel noch mehr äpfel und kartoffeln das noch etwas und salz wir nehmen alles mit für unsere kulinarische küche ich glaube nicht dass wir jemals kochen werden so eisenhelden stiefel ja jetzt sehen wir okay es ist schon also einem auge das sieht schon wieder aus so ach naja gut das hat sich ja jetzt sehr gelohnt 55 kopferlinge hier so ich glaube wenn wir hier runter springen werden wir das nicht überleben ich glaube auch nicht dass man das machen sollte ich glaube wir haben gesagt immer beim wachtturm und dann immer rechts halten hat sie gesagt ne dann machen wir das nochmal dann werden wir das mal so tun also wenn man schon lang geht und das man merkt schon diese das ist glaube ich kalt und man sieht halt so gut wie gar nichts das ist noch besser ölsturz hügelgraben super und ich glaube auch nicht dass wir hier alleine sind habe ich so im gefühl oder umlaufsteiner hat der mich jetzt schon gesehen wirklich du konntest mich doch machst du mich eben na klar ein bogen na klar ein und zwei hallo also ich muss ne hab ich echt nicht ich muss das mein Ding hier machen aua was ist das hier für ein vorschlag haben wir alter wo ist der andere hä ach da ja dann komm ran auf den Meter mein Freund hallo das hat weh getan so das war es mit dir mein Freund Geld nehme ich mit ich weiß nicht nehmen wir den mit ne der wiegt zu viel so ok auch einen Umhang Pfeile ja ja hat der sogar einen weißen Umhang schau mal der Dietrich gekochtes Rindfleisch nehmen wir mit und den Rest kannst du behalten mein Freund den brauchen wir nicht so nicht dass da irgendwo noch so einer rumpimmelt traue dem raten ja grad überhaupt nicht ist hier vielleicht irgendwo eine Kiste vielleicht mal versteckt hallo ich bin noch ein kleiner Schatzjäger aber das sieht nicht danach aus ne oh ne das sah ihm grad so aus ok das sah ihm grad nur so aus als wenn da wirklich das war so richtig also den Ölschluss warte mal haben wir überhaupt die Quest dafür oh so ja dann sind wir richtig ok gut ich wollte schon sagen lass mich hier rumlaufen mal gucken ok von hier oben sind wir gut ich wenn da eine eingeschritten kommt ok als da ja dann sieht man doch ok warte mal doch ist alles auf oben schon ne ja Musik auch ja Musik will ich schon anmachen weil die schön ist die Musik was ist das da oben noch ich weiß wir müssen da rein aber ich will doch da hoch vielleicht ist da oben ein Schatz von dem wir nichts wissen wer weiß ich weiß wir müssen hier rein ja 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 werden wir auch ne gehen möchte ich nicht so aber irgendwo ist hier bestimmt noch was versteckt von dem wir nichts wissen ha ja adapt sag ich doch was haben wir hier bloom ok ach nee ich bin doch so schlecht so schlecht da drin ok na wir waren noch schon kurz davor hallo äh 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 nö wir waren noch schon jetzt aber mhm hä 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 ja ich wollte schon sagen Amethyst und Gold und Schotze 3 siehst du wenn du über lang gehst findest du immer irgendwas kleines wir sind der Schatzjäger so eine stufe 3 ähm gesundheit noch ein bisschen ausdauer vielleicht ähm einhändig ja so eine haben wir jetzt 25 und erfordern brauchen wir 40 für den nächsten ok dual wollten der text 20% schnell ok das ist auch nice Powertags mit one hand bringt 25 weniger ähm stamina ok das ist auch cool ok liebender Schlag ein mächtiger Angriff nach hinten oh ok alles klar gut dann würde ich sagen lass mal hier dann würde ich sagen rein in die Höhle und lass uns überraschen was hier kommt Freunde so und dann mal rein da die 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 ah ja schau mal eine an da sind doch schon welche warten was ist denn hier was ist denn hier ein Skiver nehmen wir mit ob wir es brauchen weiß ich nicht aber ja ja nein schaffen wir beide zusammen oh nein schaffen wir nicht zusammen okay einen haben wir auch hier weg komm her mein freund komm her ich warte auf dich tanzen wir ein bisschen hier im sonnenschein mein freund BAM weil wir tanzen im sonnenschein na klar doch so ähm Geld und Weh nehmen wir mit das kannst behalten so wo ist die Dame jetzt von die wir hier hier brauchen wir nicht das brauchen wir das brauchen wir brauchen wir auch nicht gut die haben sich schon schön gewärmt hier weil ich noch so ein Skiver ohne mit keine Schaden und eine Kiste nur Wiese das sollten wir auch schaffen oder also so sollten wir es schaffen ja ja hallo Gold und Zaubertrank Schild brauche ich jetzt nicht ich trage keine Schilde so was ist das mit dem Zuckel hier Puh das sind doch Spinnenbieben jo meins leer leer nichts mehr ok weiter gehts im Text ich seh einfach gar nichts Leute ich seh nichts es ist so dunkel Wi-fi DIT 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 D hier siehts aus Kann man hier da ist nix da ist nix leer leiden gewicht 3 einer oh mein gott hier müssen zwei nämlich damit zu mühle mir wieder so schnell voll erstmal wer mit am feuer ach ist das schön so was sind jetzt licht an oder lichter aus mein freund was macht er da ja ich habe es mir gerade anders überlegt okay aber ich möchte ein zeug haben zumindest nein 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 eine fackel die nehme ich auf jeden fall mal ab warte mal ganz kurz war meine fackel wir müssen ja das ding aufkriegen der skatt gestorben daran was nicht so gut ist fackel so wir haben hier dass wir können die bewegen ok 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 ich durch das nicht rauf mal hier ist eine schlange die ist denn eigentlich da oben rausgebrochen fisch das sie rausgebrochen die schlange da unten schlange das heißt der schlange schlange fisch schlange 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 ok 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 diese musik hier drin regelt mir gar nicht so ja die taschendiebstahl verbessert alles klar ich danke dir was wer wo ist oh mein gott mach doch sowas nicht mit mir da kommt schon wieder was angelaufen was denn wer denn wo denn hallo ich mache das tor zu dann kommt nämlich keiner hier rein darf ich ganz kurz mal ich kann es mal mit der mit der fackel rumlaufen was halt doch sehr sehr dunkel freunde auch von der kann das kann man den riesenratten gelaufen einfach mal mein gott noch so eine riesenratte wo kommen die alle her ich hörte da hört euch was schnorcheln die weg von mir war für die ratten das ist ja was spannendes ok die rolle des feuerbeißen eine rolle des feuerbeißen ist es wie so so magic magic moments magiker habe ich noch nie probiert wie komme ich hier nicht weiter so ja egal das lager hat es ganz merkwürdig ich würde hier gerne alle mitnehmen nur in dem so viel gewicht freunde das ist ja nicht mehr normal hier liegt jemand ein skelett ok die brauche wohl nicht mehr hier doch hat jemand hier gequatscht mit uns nichts mehr so dicke spinnen hier erst mal aufräumen der küche hier vor der ross ist eine riesen spiele oh mein gott warte mal ganz kurz wir haben doch hier so lass sie mal benutzen ja wo sie denn da ist sie groß vor die teufel muss sie denn ha 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 ja ich würde gerne mal abfeuern jürgen dass das teil hier war nur ein schuss oh mein gott warte mal wir noch magiker warte mal haben wir nicht warte mal wie komme ich denn dahin mag ich flammen funken ein blitz der gesundheit und magiker flammen erstmal flammen machen dazu warte internal gewiss ha 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 magiker das ist mir dessen wo Quarter wo ist meine Фakke hin habe ich nicht hier so heilt symptoms genug oder mal klar film auf den laden mein gott ja ich bin da ich arbeite dran ich arbeite dran okay die ist tot oh mein gott einmal gerüstete spinne wo ist meine fackel eigentlich alter freunde wieso haben wir jetzt nur ein schwert dabei so besser okay wir wollen gifte bei einem blutstock das gift das gesundheit und ausdauer vier sekunden lang für schaden zu führen das ist doch noch klar auf zu schreien ich hatte ihm gerade echten kampf mit ja ich kenne dich nicht mal kommt noch ein das ist halt echt arsch dunkel hier drüben ja ihr habt es geschafft ihr habt es getötet jetzt schreitet mich los bevor noch etwas anderes auftaucht nein wo ist die goldene klau ja die klaue ich weiß wie sie funktioniert ja klaue die zeichen die tür in der halle der geschichten dann sagst man ist wie alles zusammenpasst dann sagst helft mir herunter dann zeige ich es euch sagst mir der ist nicht glauben welche macht die nord her verborgen haben okay und gibt mir zuerst die klaue er kann er nicht also wenn ich ihn so gut mal sehen ob ich euren kopf kürzer machen kann süßer atem von arkai dankeschön erschlage arvel das lasse ich mir nicht zweimal sagen es lockert sich wo ist denn der ok das ging ja schnell arvels tagebuch die golden klau nehmen wir mit schwert ist brauchen wir nicht das rest ist alles mumpitz kannst du liegen bleiben mein freund klasse super aber war das eine riesen ekelhafte spinne freunde einbeisamierung zeug nein nein nehmen wir mit da ist noch was mitnehmen so gut freunde dann würde ich sagen wir machen gleich hier weiter für die folge war es das ich bedanke mich fürs reinschalten bis zum nächsten mal passt euch gesund und tschömele und tschau